Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung. Bei uns in Deutschland sind jedes Jahr mehr als 1,8 Millionen Menschen von Vorhofflimmern betroffen. Verschiedene kardial- oder extrakardiale Grunderkrankungen können dazu beitragen, dass das Vorhofflimmern auftritt. Doch oft bleiben die Symptome unentdeckt, denn das Vorhofflimmern ist symptomarm. Im Video sprechen wir mit dir über Vorhofflimmern und auf welchem Weg du dich im Internet weiter darüber informieren kannst. Viel Spaß! Sprechen Ärzte vom Vorhofflimmern, so benutzen sie auch gerne den Fachausdruck nicht-valvuläres Vorhofflimmern. Hierbei handelt es sich um eine Unterklassifizierung. Häufig tritt das nicht-valvuläre Vorhofflimmern bei Personen auf, die über 65 Jahre sind. Denn das Risiko steigt mit zunehmendem Alter an. Experten sagen, dass aufgrund des demografischen Wandels in den nächsten Jahren von einem deutlichen Anstieg der Patientenzahlen ausgegangen werden kann. Sie rechnen sogar mit einer Verdopplung der Diagnosezahlen. Vom nicht-valvulären Vorhofflimmern sind etwas häufiger Männer betroffen. Dabei können Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes oder auch Herzschwäche dazu beitragen, dass es zu einer Herzrhythmusstörung kommt. Auch das Rauchen oder übermäßiger Alkoholkonsum können das nicht-valvuläre Vorhofflimmern auslösen. Doch wie lässt es sich nun erkennen? Hier geben wir dir mit auf den Weg, dass die Diagnose nicht immer ganz leicht ist. Denn die Beschwerden können von Person zu Person unterschiedlich sein. Im Fall der Fälle solltest du auf folgende Symptome achten. Ärzte und Wissenschaftler sprechen davon, dass etwa ein Viertel aller Patienten gar keine Symptome verspürt. Fühlst du dich nicht wohl, so suche schnellstmöglich einen Arzt auf. Denn mithilfe eines EKGs kann das nicht-valvuläre Vorhofflimmern nachgewiesen werden. Handelt es sich nicht um einen akuten Notfall, so kann dir dein Arzt auch ein Langzeit-EKG mitgeben. Du trägst es über mehrere Stunden bzw. Tage bei dir und nimmst es mit nach Hause. So kann dein Arzt deinen Herzschlag über einen längeren Zeitraum überprüfen. Im Internet gibt es zahlreiche Informationsangebote über Schlaganfälle, Vorhofflimmern und Herzrhythmusstörungen. Wo du weitere Informationen findest, haben wir für dich in der Infobox verlinkt. So kannst du auch mal bei der Website rote Karte dem Schlaganfall www.rote-dem-schlag-anfall.de vorbeischauen. Es handelt sich um eine Aufklärungskampagne von Bayer. Sie wird in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule Köln und der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe durchgeführt. Hier können sich Angehörige, Betroffene und Gesundheitsinteressierte informieren. Du findest auf der Website medizinisches Expertenwissen und auch Betroffene kommen zu Wort. Sie berichten aus ihrem Alltag und ihrer persönlichen Sicht. Möchtest du weitere Informationen auf dem Sofa nachlesen, so können wir dir auch die Broschüre »Angriff ist die beste Verteidigung« Leitfaden für ein Leben mit Vorhofflimmern empfehlen. Du kannst sie dir online anfordern und dann postalisch zukommen lassen. Hier erfährst du, was du nach der Diagnose vor Hofflimmern beachten solltest. Denn es gibt einiges zu beachten. Du erhältst Hilfestellung und dir wird anschaulich gezeigt, wie du deinen Lebensstil an die neue Situation anpassen kannst. Informiere dich jetzt, denn theoretisch könnten durch das gezielte Vorbeugen sogar 70% der Schlaganfälle verhindert werden. Möglich ist dies unter anderem durch die Behandlung der erwähnten Erkrankungen, die das Schlaganfallrisiko erhöhen. Weitere Informationen und noch mehr Videos findest du in der Infobox und auf www.neodoc.de Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über deinen Like oder einen Kommentar. Alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal!